Deshalb bin ich in der Unterwoche den ganzen Tag, also Montags bis Freitags bin ich es da immer. Und ich kann nur Samstags und Sonntags die Videos hochladen. Dann muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall werde ich dann neue Projekte starten und werde es sehen. Unter anderem auch Black Ops. Gut, dann schaut euch noch weiter dieses geleckte Mugwirkende an und dann sage ich Tschau. Servus. Komm schon Mugwirkende. Mit den Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir gehen rein. Die Weak-Mann, bitte be careful. Ich habe die Sorge, wenn ich leise, das geht. In der Minden, in der Zeit, you'll find my lines. Kombine in der Twine, underline Rhyme, divine, no heim. You go against me, 249, lift you swiftly. Frontline's in your whip, think I'm blind. Come and get me, ha! Sergeant Briggs, reporting for duty. Roger. Some say this belong in the movie. But this, the third installment, Infinity Ward shit. Don't soil your drawers, cause it's deep in his arm, bitch. Ready for action. 50 cows start to clapping, Full horseman kick in the rerun, asking what's happening. Play for all that flapping, out they games with all those back then. This one's from McMillin, 15 years, you're right, you're right, you're right, you're right. As a guest on board, my tribe, so sorry for it. And this, the third installment, Infinity Ward shit. Don't soil your drawers, cause it's deep in his heart, bitch. All right, all in rings. Steve Frosty. Rigs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jaaaaay, anscheinend ein Bonuslevel oder sowas Untertitelung des ZDF, 2019 Ah, das? Ah, ok, sie hat ein Fuß. Gut, dann sage ich jetzt aber wirklich Tschüss für dieses Display und Tschau!